Bevor es in die nächsten drei geht, im Finale, im Vorkampf. Uiuiui, der schießt in den Himmel. Den sieht man ja kaum und der geht. Noch weiter. Noch weiter schlägt der Speer von Thomas Röder. Und jetzt guckt auch Haro Schworo schon ein bisschen aufgeregter aus der Wäsche. Und jetzt guckt der Speer von Thomas Röder. 89,47 Meter für Thomas Röder. Ich glaube, wir sehen den 90er heute noch. Ja, glaube ich auch. Schönes Bild vom Trainer. Relativ nüchterner Applaus. Ja, der machte sich in der Quali auch überhaupt keine Sorgen. Der erste war ja ungültig, der zweite nur so ein schlechter.